John und ich schauen uns am Wochenende zum ersten Mal Kinder an. Hi, mein Name ist Esther. Warum spielst du nicht draußen mit den anderen Kindern? Ich male lieber Stillleben mit Ölfarbe. Ich schätze, ich bin anders als die anderen Kinder. Esther ist sehr reif für ihr Alter. Sie ist wirklich ein besonderes Mädchen. Das ist dein neues Zuhause. Das sind deine Geschwister, Max und Daniel. Ich werde mich gut um sie sorgen. Esther! Esther verhält sich irgendwie seltsam. Mach dir keine Sorgen, Schatz. Mami mag mich wohl nicht besonders. Esther ist ein sehr sensibles Mädchen. Denn alles, was sie braucht, ist etwas Verständnis. Was ist nur los mit dir? Ich schätze, irgendetwas stimmt nicht mit Esther. Esther ist nicht die, für die wir sie halten. Sie ist eine 29-jährige Psychopathin mit Gendefekt. Ich bin beeindruckt. Aber jetzt müsst ihr sterben.